Neuer Tag, neue BVB-News. Heute geht es um das mögliche, geleakte, neue Trikot vom BVB, was endlich mal, wenn es das jetzt auch wäre, gut ausschaut. Das kommt zum Ende des Videos. Und es geht heute nochmal um Miss Lentat, Watzke, Kehl und wie es weitergeht. Es gibt neue News. Und wenn ihr Fußballtalks und Fußballnews mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein ans Eingemachte. Wir sind jetzt wieder bei Twitter unterwegs, bei Aro, der das hier wieder gut zusammengefasst hat und es geht um Sven Mislintat. Dass Sven Mislintat bald seinen Vertrag unterschreiben wird, ist nur noch Formsache. Also es scheint jetzt wirklich fix zu sein, zumindest laut der BILD und dem BVB-Newsblog. April soll Mislintat zum BVB als technischer Direktor, Kaderplaner zurückkehren und das wäre, glaube ich, sehr, sehr gut. Unter ihm lief es, finde ich, gerade, was Transfers angeht, sehr, sehr gut und ich meine, er hat dort sehr gute Arbeit geleistet. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass er da irgendwie großartig viele Flops transferiert hat. Also er hat da eigentlich immer ein ganz gutes Händchen. Er gilt ja als Diamantenauge und hat ja auch einige zu uns geholt, die durchaus auch, ja, einen großen Sprung gemacht haben, nicht nur bei uns, sondern auch, ja, bei der Weltkarriere. Und von daher freue ich mich sehr drüber, wenn das jetzt alles klappt und ich glaube, das könnte uns echt nach vorne bringen, denn die letzten ein, zwei Jährchen fand ich die Transfers insgesamt eher enttäuschend mit, ja, vielleicht einzelnen Ausnahmen. Wie Rihason, ja, auch ein Kobel, der jetzt, aber auch mittlerweile auch schon ein paar Jahre bei uns ist, der durchaus gut ist, aber ich weiß nicht, sonst fallen mir jetzt gar nicht so viele ein, wo ich sage, die haben jetzt wirklich überragend eingeschlagen, was irgendwie traurig ist, weil wir teilweise echt viel Geld ausgegeben haben, ne. Nun gut, dann gehen wir hier weiter. Klar, Malen war jetzt zum Schluss auch teilweise gut, aber ist auch sehr schwankend. Und Adi Jemi hat eine gute Rückrunde gespielt, ja, bei Metscher Sabitzer müssen wir gucken, wie es jetzt weitergeht, aber von Metscher kommt jetzt, nachdem er wieder fit ist, jetzt auch nicht so viel. Ich hoffe, der wird dann heute Abend gegen Atletico vielleicht mal wieder ein bisschen was zeigen. Ja, aber ich hoffe, es wird dadurch jetzt besser, sagen wir mal so. Man muss ja auch mal positiv denken, man darf ja nicht mal alles hier so negativ sehen. Ja, dann kommt es hier nochmal zu einer weiteren Meldung zu Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl. Die Entscheidung, ob Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl zum Geschäftsführer Sport annennt, wird frühestens in der vorletzten Aprilwoche bekannt gegeben. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es dann, ja, im April so eine Doppelmeldung vielleicht sogar gibt. Und ich könnte mir Kehl als Watzke vor, also Watzke vorstellen, als Watzke-Nahfolger vorstellen. Ich halte Kehl eigentlich für ziemlich fähig, er kann gut reden, ist also eloquent genug für den Job und er ist seit Ewigkeiten im Verein, seit 2002. Also schon seit 22 Jahren, war Kapitän, hat Meisterschaften und Pokal geholt. Also ich denke schon, dass das passen könnte. Es wird aber auch schon wieder gemunkelt, kommt jetzt doch Michael Zorc nochmal zurück. So alt war der ja auch noch nicht, ist auch durchaus nicht unbedingt total unwahrscheinlich. Würde ich jetzt aber auch Quatsch finden, da soll wohl auch Sebastian Kehl nicht so der Fan von sein. Aber wie gesagt, es kursieren so viele Gerüchte, was da jetzt wahr ist und was nicht, möchte ich hier nicht beurteilen. Nur möchte ich euch das hier mit reinbringen, einfach als Information, was ich jetzt hier so gelesen und gehört habe, was noch so abgeht im Verein. Und dann geht es hier nochmal weiter. Denkbar wäre auch, dass Kehl weiterhin Direktor bleibt und Watzke seinen Rückzug aus der sportlichen Verantwortung aufschiebt oder alternativ einen anderen Kandidaten als seinen Nachfolger ernennt. Und ja, theoretisch ist auch das möglich. Ein Watzke könnte auch sagen, Mensch, ein Müslentat kommt doch jetzt hier neu in den Verein und warum soll ich jetzt hier aufhören und dann mit so einer Moksaison, wo jetzt wirklich auch nicht das Ganze so schön endet, wie man sich das vielleicht wünscht. Weil ich glaube, ein Watzke hätte ganz gerne auch nochmal einen großen Titel zum Abschied gehabt. Und so wäre das alles so ein bisschen unrühmlich. Die letzten Jahre wären irgendwie unbefriedigend. Zumindest fühlt sich das für mich so an. Ihr könnt natürlich jetzt wieder sagen, wir waren ja bis zur 89. Minute Meister und Aki ist ein Großer. Und wie gesagt, ich mochte Aki Watzke immer. Der hat den Verein mit auch gerettet. Er hat ihn auf einen guten Kurs gebracht. Ich fand uns auch gerade in den Jahren von 2011 bis 2014, würde ich sagen, auch wirklich super. Wir haben international Mannschaften auch Angst bereitet. Auch die Jahre unter Tuchel und auch unter Favre waren vereinzelt ganz schön. Und auch jetzt die Rückrunde bis zum letzten Spieltag war auch ganz nett. Und wie gesagt, es gab immer Phasen, wo das eigentlich ganz gut aussah. Aber mir hat manchmal so diese hundertprozentige Entschlossenheit gefehlt, Bayern schlagen zu können, wie es Leverkusen jetzt macht. Und halt auch international mal wirklich was zu reißen. Ob es jetzt in der Champions League oder in der Euroleague war, haben wir oftmals auch, finde ich, Chancen liegen lassen, wo vielleicht mehr drin gewesen wäre. Das ist jetzt zumindest meine Meinung. Und dann geht es hier weiter. Es geht jetzt um den Trommelwirbel-League eines Dortmund-Trikots. Zumindest vermeintlich. Und bei EA Sports gibt es jetzt bei FIFA, wie ich es noch kenne, wie es damals hieß, ja, zu meiner Jugend. Und ja, jetzt dieses Trikot. Und wenn das jetzt das Trikot wäre, was jetzt in Zukunft kommt, dann erinnert das so ein bisschen an die letzte Saison. Ich finde das aber persönlich sogar noch einen Ticken geiler. Das hätte ich nicht gedacht. Und ich hoffe, es kommt nicht wieder irgendeine dämliche Entscheidung in die Quere. Oder irgendein vermeintlicher Fan, der auch nur Grafikdesigner ist und sich dann eine, ja, fürchterliche Geschichte ausdenkt rund um unser Trikot. Also ich fand die letzten Trikots wirklich, weder das 50 Jahre Westfalenstadion Trikot fand ich jetzt sonderlich schön. Das war jetzt ein absolut durchschnittliches Trikot, kriegt jeder Heini hin. Plus auch jetzt das Saisontrikot, unser Heimtrikot, der jetzt hier in der Saison finde ich auch ganz grausam. Ich verbinde auch immer damit diese fürchterliche Geschichte da am letzten Spieltag. Ja, ich bin froh, wenn die Saison zu Ende ist mit diesem Fetzen da, diesem Loserhemd. Dem Hemd des Versagens, so nenne ich das jetzt mal. Und dieses Trikot würde ich sehr, sehr schön finden. Wie gesagt, angelehnt an die eigentlich recht erfolgreiche Saison. Und ich bin mir auch relativ sicher, wir hätten mit dem richtigen Heimtrikot von 2022, 2023 vielleicht sogar auch den letzten Spieltag doch gewonnen. Ja, da hat er irgendwie einen anderen Vibe. Und ich finde, das sieht sehr cool aus, hat so ein bisschen Milan-Style, nur in Dortmund-Farben, sieht sehr schlicht und elegant aus. Sowas gefällt mir. Und ich würde es auch voll feiern, wenn das Aussatz-Trikot genauso wäre, nur dass dann halt schwarz statt gelb und um die gelben Streifen dann die schwarzen ersetzen. Das würde ich auch sehr, sehr cool finden, wenn es so ein bisschen auch in die Richtung geht. Ich glaube, das würde auch sehr, sehr cool ausschauen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Und hier wurde auch nochmal von Arum ein bisschen recherchiert, das neue Puma-Trikot 24-25, das passt zu dem Leak. Achtet mal auf den Kragen und unten die Seiten. Und ja, in der Tat ist das so ein bisschen, dass der Kragen anders aufgearbeitet ist. Genauso wie unten diese Shirts so sind, also diese einfachen Trainingstrikots, die man sich da auch bei Puma bestellen kann. Und das würde dem dann entsprechen. Und ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Also da würde ich so auch fast überlegen, mir das vielleicht auch mal wieder zu gönnen. Weil das, finde ich, sieht nach einem Trikot aus, wo man sich nicht schämen muss. Und ich finde sowas immer sehr stylisch und schlicht. Und das ist ein Trikot, das gefällt mir. Also ich war ja die letzten Monate immer sehr kritisch. Das letzte geile Trikot war, wie gesagt, unser Heimtrikot letzte Saison und auch das Kohle- und Stahltrikot. Die fand ich beide erste Sahne. Da dachte ich, Mensch, geil. Und dann kamen jetzt die letzten Fetzen auf den Markt, wo ich sage, was haben die sich denn dabei gedacht bei Puma? Und bei den Designern. Also gut, das soll es dann für dieses Video gewesen sein. Da ist gerne ein kostenloses Abo da. Und ihr könnt unten mal reinschreiben, wie eure Meinung zu den ganzen Themen ist. Und dann soll es das für heute hier erstmal gewesen sein. Und ich hoffe, wir gewinnen gegen Atletico Madrid. Ich habe aber irgendwie wieder nicht so ein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Bis dann und ciao, ciao. 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 Ciao.